Was fällt dir zu Ostern als erstes ein? Also zu Ostern eben die Geschichte der Auferstehung von Jesus und auch eben die Osternester und die Ostersuche. Der Osterhase, der versteckt Eier und nimmt Schokolade, manchmal sogar Spielzeug. Was weißt du über Ostern? Dass dann Hoppelhasis. Genau, ja. Und der Ostereier legt. Ich wusste gar nicht, dass Hasen und Eier legen können. Die sind meistens bunt und die soll man dann suchen gehen. Weiß aber nicht warum. Würde die Kinder vielleicht Spaß haben oder sowas. Das ist ja auch schon mal ein guter Grund. Also ich weiß schon, dass das bei Ostern immer meine Eltern das machen. Der Osterhase ist eher eine Tradition. Die Auferstehung hat für mich eher was mit dem Glauben zu tun. Ich glaube, da ist er gestorben. Warum man sich darum freut, das weiß ich nicht. Genau, der ist gestorben, aber die Geschichte geht noch weiter. Jesus wurde ja auf dem Kreuz, also ist ja auf dem Kreuz gestorben. Und dann ist er drei Tage später, also an Ostern, vom Tod sozusagen aufgewacht, also erstanden. Und das feiern wir halt alle Christen dann an dem Tag. Und dass Gott so eine große Macht hat, dass man auch vom Tod erstehen kann. Im Buddhismus glaubt man ja, dass man neu geboren wird als irgendwas anderes, zum Beispiel als ein Tier oder so. Aber ich hoffe, ich werde nicht neu geboren, weil ich will nicht noch weiter in den Klimawandel oder sowas erleben. Deswegen will ich einfach popp. Einfach weg? Ja, einfach weg. Okay. Oder Himmel. Und Himmel ist eigentlich auch ganz schön, oder? Ja. Ja. Und ich weiß nicht, wo man hingeht, aber ich hoffe, dass es schön ist. Aber das kannst du auch glauben, dass es schön ist. Und da hilft dir die Geschichte von Ostern und von Jesus? Ja, schon, weil es wird halt deutlich gemacht, dass Gott einen aufnimmt, dass man nicht weg ist, dass man im Leben bleibt und dass man einfach nach dem Tod auch noch ein weiteres Leben hat.